Den meisten kleinen und mittleren Unternehmen fehlt auch in guten Zeiten ausreichend Liquidität, um optimal wirtschaften zu können. Die meisten sorgen in dieser Hinsicht in guten Zeiten auch nicht vor. Durch Bürgschaften und Verpfändungen des privaten Vermögens ist die Disposition spätestens in schlechter werdenden Zeiten sehr eingeschränkt. Die Ursache liegt in der Regel in der auf einen Unternehmer ausgerichteten, unbeschränkten Alleinherrschaft, der nach freiem Ermessen mit den Zahlen jonglieren könnte. Regelmäßig werden auch keine Monats- und Quartalsberichte mit Bilanz- und Liquiditätsplan erstellt, geschweige denn in die Zukunft gerichtete konkrete Planungsszenarien. Die Grundlagen für den Aufbau von Vertrauen von Finanzpartnern fehlen somit gänzlich. Ergo, Fremdmittel müssen regelmäßig durch erstrangige Sicherheiten wie Bargeld, Rückkaufwert-Lebensversicherungen oder erstrangige Grundschulden erkauft werden oder durch hochriskante Bürgschaften. Größere Kapitalgesellschaften können sich refinanzieren, weil monatliche Finanz- und Lageberichte vorgelegt werden, die den echten Status quo der Gesellschaft definieren. Planrechnungen mit Soll-Ist-Abgleich über ein bis drei Jahre werden erstellt, sodass der zukünftige Weg der Gesellschaft erkennbar ist. Und das Reporting wird nicht vom Kapitalgeber oder Alleinherrscher, sondern von fremden Dritten erstellt. So schafft man eine Vertrauensbasis. Anthropos zeigt Ihnen den Weg. Vertrauen Sie uns. Wir schaffen Vertrauen für Sie.